ja willkommen zurück bei meinem kanal und zwar habe ich mir ein paar produkte beziehungsweise die liebe sarah vom kanal sarah sammelfieber hat mir ein paar produkte bestellt von magitex champions league vielen dank an dich sarah geld geht bald raus überweise ich dir zurück vielen dank dass du das gemacht hast schaut mal gern bei ihrem kanal vorbei heute fangen wir an mit dem starter pack der magitex champions league 22 23 extra serie ja ich mache einen kurzen cut dann packe ich das ganze aus und dann sehen wir uns gleich wieder so das album ist ausgepackt wir haben hier noch zwei booster von der magitex extra serie die ja im starter pack enthalten waren und ich würde sagen die machen wir natürlich auch auf in diesem video aber vorher gucken wir uns natürlich die verteilung an weil man das erkennen kann wenn es euch zu lange dauert dann oder wenn es euch nicht lange dauert dann macht kurz auf stop 297 karten zum sammeln ich finde es auch cool dass die serie nicht ganz so lange ist und ich hoffe dass wir was richtig richtig geiles ziehen können so mal gucken was wir hier drin finden so wir haben hier das ist eine exclusive card und hier ist auch schon die erste limited edition ich weiß nicht wenn ihr den code haben wollt könnt ihr ihn gerne haben den brauche ich nicht dann haben wir hier neymar juniors limited edition sehen sehr 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 nice aus die limitierten karten dann haben wir performance boost heißt es und die karte dann haben wir es so sitch dann awake it blind der jetzt bei bayern ist dann awake it barisic dann awake it guardiol trainer pastis oklu von das ist ein schottischer verein der müsste glasgow sein dann starburst spinazola dann christian eriksen bei man united dann haben wir hier eine power card das ist so eine neue kategorie dieses quadsong mit den spielernummern im hintergrund ist eine coole idee finde ich zu am mini ist das hier dann haben wir so eine parallel von holla ist natürlich geil von holland die parallel sind ja glaube ich so dass quasi so ein extra ding also die offiziellen karten nämlich also es ist ja eine offizielle karte aber die normale hat nicht sonst und glitzer sondern ist einfach nur normal und holland jetzt in grün nicht schlecht also wer die tauschen will gerne vielleicht ist hier sogar noch ein bisschen was wert aber nein so irgendwann haben wir hier über diese karten fühlen sich so nice an oben auf der oberfläche ibra als mega value und dann haben wir hier noch out of this world kostet der ja jetzt bei juventus turin unter vertrag ist mein beileid hier noch so sehen die karten von hinten aus weil juventus hat ja irgendwie schulden so wie ich das mitbekommen ab und hier haben wir schon punkte abgezogen bekommen kostet man lieber bei frankfurt bleiben sollen aber das kann er ja nicht wissen so dann kommen wir noch zum zweiten pack dann hier könnt ihr wieder den scan code haben den brauche ich ja nicht dann haben wir hier noch die limitierte auflage von bernardo silva das sind glaube ich die beiden die dann im starter pack immer standardmäßig enthalten sind dann haben wir grillisch als awake it starburst casimiro mcgregor dann manager van istleroy den man ja auch noch kennt unter anderem vom hsv timo werner als performance boost dann nochmal performance boost timber headline hero die karten finde ich auch sehr sehr gut gelungen muss ich sagen die gefallen mir sehr sehr gut vor allem mit diesem so live bild im hintergrund ich finde das hat was und hier unten steht auch noch immer was dran brilliant bellingham scores for the fourth game running also ich glaube das heißt also ich würde sagen er hat im vierten spiel hintereinander getroffen irgendwie so dann haben wir hier hat trick hero so sind die normal aus von ben jedder dann haben wir wieder zlatan ibrahimovic als mega value out of this world's neris und dann haben wir sogar noch mal eine crystal karte alder die gefallen mir richtig gut auch hier das headline hero von moralis gefällt mir richtig richtig gut ja sieht sehr sehr nice aus so das war das starter pack und ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja dann lasst auf jeden fall da oben da es kommt noch blister multi packs und so weiter und so fort die tints werde ich mir noch nach bestellen aber für das video war es jetzt erstmal ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja dann das auf jeden fall daumen nach oben da aber die nicht vergessen checkt wie gesagt sarahs sammelfieber aus die geht auf die 7000 abonnenten zu die wird sich bestimmt freuen wenn ihr da mal vorbeischaut und dann würde ich sagen ciao bis zum nächsten mal haut rein